Für den BLLV ist ganz entscheidend, dass wir bei der Lehrerbildung ansetzen und zwar in Phase 1, in Phase 2 und in Phase 3. Es geht jetzt vor allem darum, dass alle Lehrer Lehrer sind. Alle Lehrer brauchen A13. Wir können unmöglich auf irgendwas verzichten, was hohe Qualität bedeutet. Deswegen ist mir ganz persönlich als Präsidentin des BLLVs die Lehrerbildung entscheidend wichtig. Was soll sich ändern? Ja, es soll sich ändern, dass alle mit dem Master abschließen können. Wir brauchen hohe Polyvalenz, wir brauchen extrem gute Berufsfeldorientierung und wir brauchen Dozenten und Dozentinnen, die Lust haben auf Lehrerbildung. Wir brauchen eine Fachwissenschaft, die hoch aufgesetzt ist, eng kooperiert mit der Fachdidaktik und selbstverständlich müssen die Bildungswissenschaften ganz zentral im Mittelpunkt stehen.